Ich hab, ich hab ne Boa NEEIN Ich hab jetzt nicht... Can you fly? Hello everybody sexy people My name is Rebun Gile My name is Rebun Gile Diese Aufnahme Und Catman Hallo Bin ich dabei Hab ich doch gerade gesagt Hast du nicht Natürlich hab ich nicht gesagt, dass du dabei bist Glaube ich doch nicht Au Wo bin ich eigentlich? Hä, wo bin ich? Ich bin im Chef Ich kann mal gucken Ey cool Habt ihr nur beim Visitor wenig Die Verbindung zum Server oder ist das... Bei mir haben alle voll Bei mir auch Aber bei mir nicht Na jetzt schon Hast du dir schon deine Spitzhacke genommen? Sehr gut Lebo, hast du schon deine Spitzhacke genommen? Wo ist die denn? Die liegt an der Kiste da, wo ich die an deinem Bett Dings bei uns gebaut habe Ey, was machst du meinem Chef? Ich wollte gucken Du bist doch den Raum, den ich gerade an Bauen bin, gerade durchgerannt Äh, was bringen mir eigentlich solche Slime-Inseln? Äh, da kann man schön drauf bauen, aber baue ich nicht Aha, ziemlich langweilig eigentlich Wir waren nämlich alle Kanonen Stimmt, soll ich dir helfen? Oh, wie lustig, Mann Oh mein Gott, wie cool Passt schon Witte, mal bei mir sehen, wo ich baue Äh, kann ich das nachher machen, weil ich baue bitte noch gerne ganze Kanonen jetzt Da ist mein fettes Schiff, ist es schon gelobt worden da hinten? Äh Ja, das war ich glaube ich in der vorletzten Folge oder so Das ist so hinter dem Sand-Ding, gell? Ja, ja, da war ich Okay Was ist denn das für ein Slime-Grass? Cool Ach, du kannst ja hochfliegen, stimmt Ja, äh Also anscheinend ist Fein jetzt wirklich enabled und ist ja, weil das ist ja gut Das freut mich, dass das schon mal funktionieren Wenn ihr zu mir wollt, müsst ihr einfach meinen Keller und durch die Portal-Tür gehen Nein, hör auf Hey, woher wusstest du das denn? Keine Ahnung Aber ich nehme mal an, dass das, wenn du sagst, müsste er mein Keller gehen Nehmt mal an, dass du das irgendwie verlinkt haben musst Weil Ein Tunnel wirst du sicherlich nicht gegraben haben Sicherlich habe ich einen Tunnel gegraben Bin da aus dem Blatt gelangen Ich bin ja nicht so weit weg So Oh Ich bin am anderen Ende des Waldes nur Ja Ist wirklich alles gelootet worden hier Boah Da ist ein Bett Da ist ein Bett Was sagen wir hier schlafen hier? Hm Warum? Ja wurscht Ich arbeite im Schiff Ich bin auf einem Schiff Kannst du da schlafen gehen? Das sind doch nur Zombies Das sind doch nur Zombies Sag mal, weiß eigentlich irgendjemand was davon, dass bei mir Anscheinend vollen Creeper, die einen Anteil der Außenfasade weggesprengt hat? Nicht, dass ich wüsste Ich weiß von nix Gut, ich hab nix mitbekommen auf jeden Fall Übrigens in der Zwischenzeit ist ein Meteor an die Stadt gekracht, aber sonst Ihr könnts doch nicht einfach Äh Eher relativ Eher kleiner Ihr könnts doch nicht einfach alle Schiffe looten herst Das war nicht ich Ich hab noch kein Schiff gelootet Außer so ein kleines Aua Top 2 Der hat aber auch noch den Fragster-Decker gedroppt Hä? Hab ich keine Pfeile? Boah Was lootest du hier? Alle Kisten von Nein! Fuck ey Was denn jetzt passiert? Kiste explodiert Höh? Höh Creeper Achso Mann, ich hab alles Hab ich überhaupt alles ausgeleuchtet? Und ich hab gar nix ausgeleuchtet Das ist echt Oh Mann, jetzt liegen hier alle Pattern Warum gibt's ja keine Musik? Äh Wie? Keine Musik? Ah, ich hab meine Musik irgendwie Got down Achso Oh nein, die Kiste wo meine Smaltry drin war Was ist denn? Wie benutze ich jetzt dieses, ähm, wie soll ich sagen? Wiegel? Nein Apokos Spiegel Ah, dann hab ich hiermit Aber wie benutze ich einen, dieses Rift Blade? Äh, rechtsglück lange halten Und dann? Öffnet sich ein Portal Und wie bekomme ich den fetten Golem dann da durch? Ja, der muss da reinlaufen Wie? Dann sehen wir ja, irgendwie da reinläuft Oder du musst das Portal in dem setzen Ist grad irgendwo eine Sternschnuppe runtergefallen, aber ich weiß nicht wo Bei mir Oder ich hab keinen Minecraft-Zahn Bei mir Ärzer Können wir mal schlafen gehen? Ah, wieso brächt die denn bis zu meinem Schiff? Ich weiß es nicht Ich hab mir sogar einen Hammer gemacht Und Boom Starpiece Was? Das ist jetzt grad irgendwie ätzend Was? Na was? Ist ätzend Skelettkampf unter Wasser Ja Ja Hätte man einen Bogen, ne? Ich hab einen Bogen Lol Wie baut sich da immer von der Seite in mein Schiff rein? Ich nicht Bin gar nicht da Oh mein Gott Das verstehst du eine schwule Holztreppe einfach rum Das verstehst du eine schwule Holztreppe einfach rum Was hat der mir gedroppt? Da bist du eine schwule Was hieß Craig Norrith chestplate? Das ist äh glaub ich schlechter als dir Aber besser als Eisen? Ja Cool Dann hab ich jetzt ein bisschen Feuerschutz Hast du das noch können dir? Na noch nicht Der, der direkt in der ersten Folge farm war Wieso sind da so viele Skelette? Habe ich denn Koppelstrom? Nein Du bist noch auf dem Schiff, oder? Ich nö Jetzt hab ich was von meiner Ausflug gerade weggesprengt Da ist mein Boomerang auf einmal hin Ähm Wie heißt denn das? Na da Scheiße Oh Gott Guck mal hier Äh Schade Ich weiß einen da mehr Wow Stirb alter Ich mach dir 20 damage du Ah Hat noch irgendjemand Eichenholz? Ja ich hab ganz viel Eichenholz aber ich brauch das selber Ne brauch ich endlich nicht aber Wie ich was? Ähm Ja komm zu mir Ich log auch nochmal zurück Guck mal in deinem Keller Hm Ich muss sagen Mit diesem Electric Stuff kommt man echt weit Du bist glaub ich eins der einen hat oder? Ah ich bin jetzt bei Hotterfad Ist das ne Kaktusrüstung? Nein das ist die von der Turtle Hier bin ich Aua Gar nichts gemacht? Eichenholz Äh Ne ich bin gegen meinen Gegen diesen Busch Hä? Hier Ey du Penner Was denn? Sie wurden gerade über uns hinweg geflogen wenn du es gehört hast Ich hab nichts gehört Also wie kann man denn ein Electric Stuff Geräusch überhören? Was sieht denn aus? Was ist ein Iron Big Sword? Big Sword? Damit kannst du aufladen Oh das hilft ihm jetzt viel Mit Rechtzeug aufladen und viel Schaden machen Magic Essence Dann brauchen wir noch ein Tier Wie bist denn du jetzt eigentlich? Der ist in seinem Haus Sie wurden aus? Naja sowas in der Art Naja sowas in der Art Ich sollte mal ausleuchten Nein Ah pickaxe stonebound ridable Was ist denn das? Das ist ne äh bessere Spitzacke als dir Sag mal wo wohnst du eigentlich Sebo? Dort Und du? In dem Schiff Aber wer das so nicht mitgekriegt hat weiß ich auch nicht Der muss dumm sein Ich bin dumm Kann man nix gegen sagen Ich hätte mich einfach nach Hause porten können Ja stimmt Und ich dümmling verbrauch meine Electric Stuff Da kann man nix machen Classic Er sagt einfach Classic Classic Ja ist also Ich weiß nicht was ich machen soll Ich war gestern mit ihm in Linz Hallo Ich darf Classic sagen Hast du zwei Blaze Bots für mich? Ich? Ja Wahrscheinlich gar nicht ne So Unbreaking Ich brauch nämlich zwei Blaze Bots Dann kann ich euch ganz viel Stein farmen Was? Wieso Stein? Ob ich überhaupt so ein Blaze war zum Stein? Was? Sooo Ich merk schon dass du das mit der Smeltery auch ganz gut auskennst Was ist das für ne Verzauberung? Ja Ich sage nur dass ich mich weniger mit der Smeltery auskennen Wetten wir Äh Kann es sein dass das für den Hammer ist dass er seine Range erhöht? Hä? Hä? Warte was willst du mit Blaze Bots denn das Smeltery? Autosmeld Was? Autosmeld Also ich gönn mir jetzt den Tower Und ich probier's alleine Ja Sego da ich von dir Blaze Bots wenn du zwei hast Ich hab keine Tut mir echt leid Okay schade Sorry Wer braucht Autosmeld Wenn ich das eh nicht Smeltery hau dann Riff Blaze Hä? Einem Pfeil Du kannst da Glück drauf machen und Autosmeld Dann kriegst du drei Sachen Aber ich brauch das eigentlich für Stein deswegen Das geht natürlich nicht Hol dir noch ne Silke-Tatschacke Ja Damit kann ich aber nur einen Block abbauen Mach dir grad zu zweit irgendwas oder redest du von zwei verschiedene Sachen? Äh wir reden über das gleiche machen aber nicht zu zweit irgendwas Äh du hast gesagt du machst ein Tower Ich würd gerne auch kommen Nein Äh selber sagen wir wo der Tower ist dann komm ich mit Nein Ich frage ihn kann ich mitmachen und er so Sag mir wo der Tower ist dann komm ich Niemand kann mitmachen den mach ich alleine Ich will die Sachen alleine haben Dann schau ich halt nach einem eigenen Tower du Penner Ja und ich brauch keinen Eingang ich hab ein Electric Staff du Penner So schaut's aus Hey ich bau mir jetzt auch ein Ich wette hätte noch eine Magic Essence Was? Ich hab sieben Magic Essence du Pisser Wow Ich brauch jetzt eigentlich nochmal genau Ich brauch die einzelne und die ganzen Dings Wieso verliere ich keinen Schaden? Ich hab mir den in deinem Haus Wieso bekomme ich keinen Fallschaden Leute? Äh äh Ah ja voll Okay Nur von ganz hoch Okay So erstmal dir Hast du überhaupt noch Platz in deinem Inventarsebo? Ich? Ja wieso? Ja Ah gut Weil Sonst lohse ich's nicht wirklich in Tower zu gehen Ja die unnötigen Sachen brauche ich eh nicht Und du hast nen Spiegelrucksack da kannst du ja auch Sachen reintun So ist es So ist es La 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 Ich überfliege die Welt Wie sie dir gefällt Ja du hast doch schon 10.000 mehr Folgen mehr aufgenommen Wie viele Folgen hast du denn? Ach Also das ist ja Eben Das ist meine vierte Hahaha Nein Also Wie geht das jetzt nochmal Mit dem ganzen Rucksack runter tun? So Ging doch auch irgendwie Man kann auch den ganzen Rucksack in den Sementar hauen Ja Ja mit äh Shift Und rechts oder links klick Diese ganzen Sachen brauche ich ja nicht in den Kisten sind Ja Also Shift Ich Das funktioniert Gar nicht Irgendwie Dann kannst dir leider nicht helfen Oh mein Gott Ich merke Diese Kiste brauche ich auch nicht Weil bei mir klappt das Hm Bei mir nicht So Jetzt erstmal runter zum Entfarnter Äh Oh ja Ich habe ein Schneebiom gefunden Hä? Äh Und da gibt es die meisten Dungeons Irgendwie Irgendwie leckt es Irgendwie leckt es Oh mein Gott Ich wurde gerade 10 Blöcke oder so zurückgebeten Ich war ganz oben im Turm und plötzlich äh Ja man Ja man Ich habe eine Burg Ja man Ja man Ich habe jetzt nicht über den Lächeln Stuff weggetan Alter ist das riesig Wieso leckt es so gerade? Ich nehme an Ich nehme an weil einer davon einfach viel zu weit geflogen ist Ja Erstens kann ich nicht fliegen und ich bin glaube ich höchstens 100 Blöcke weg Also An mir kann es eigentlich nicht liegen Okay da waren gute Sachen drin zumindest Weil bei mir leckt es auch und ich will gerade hier eine Burg Was ist Alka Hest? Alka Hest äh das braucht man glaube ich um Sachen zu zerstören oder? Okay da habe ich Golden Shizzle Äh war das da Noch ein Rift Blade habe ich bekommen Spawn Yellow Chocobo habe ich bekommen Das ist doch gut Weil wir haben glaube ich keine Chocoboes mehr Wir haben noch ein Chocobo Fragile Game hat die alle getötet Und ein Magic Mirror habe ich Und ein Earth Medaillon Ich weiß nicht wie ich das brauche Oder hat eine von euch die Also Was? Wer war die? Die Chocoboes Ich habe Chocoboes Oho Ich habe schon gesagt er soll die in Ruhe lassen Alter ich habe schon ein Herz Ich verliere ein Herz bei dem Alter Und ich bin vor dir Fast Brauche ich Emeralds gut? Man kann es ja größere Gäste machen Man kann es ja zum tauschen machen Ja Tauschen Mit welchen Villager denn? Einen Villager gibt es glaube ich Der tauscht diese Spawn Bewegungslinge Aber das billiger ist so zu machen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Glaubst du eigentlich was? Wieso hat die sich geheilt? Dann ist das so ein Redding Ja Oh mein Gott Richtige Pussy Taktik hier bei mir Bei mir auch Ich werfen meinen Boomerangs da rein Wer braucht ein Legio Bow? Ne ich habe ein Crystal Besser? Ich bin jetzt auch in deinem Eisbiom Lukas Ey das ist nicht dein Ernst Du fliegst mir auch noch nach Ja keine Ahnung Ich bin einfach weggeflogen Bin jetzt über ein Schneebiom Ja und wenn dann eine Burg ist Dann kommst du da bitte nicht rein Oh Mann Habe ich ehrlich gesagt auch nicht Hm Vielleicht geh doch zwei Schneebiome Brauchen wir doch drei Bookshelves Loll ich ein Pilzbiom Läuft bei dir Wozu brauchst du ein Pilzbiom? Keine Ahnung ob es ist cool Haha Stell dir irgendein Portal oder so mal hin Okay es leckt gerade Alter hör mal auf zu fliegen Ja was? Ja ich kann ihn nicht schlagen ey Was dachte ich ja? Ich kämpfe gegen Walker Ja toll Weeeee Eben beschwert er sich dass es leckt Und jetzt flieg doch erstmal selber rum Ich hab nicht mehr ich hab Hört mal auf rum zu fliegen Ich flieg gar nicht Ich fliege deswegen leckt es auch Ich flieg gerade wirklich nicht Ich laufe einfach nur über das Pilzbiom Ja hör auf Nein Ich loote da mal ein Megadamage Kleines Schiff Wenn ich wegen dir sterbe alter Töte ich dich 10.000 mal Weeeee Mindestens Brauche ich Volt Ich brauche 15 Schläge für so ein Teil Wo ich den 20 Schaden mache Was ist denn das? Spawn hier doch schon groß Was sind Soul Reaper? Soul Reaper Das sind diese äh äh Klingen ne? Aus Knochen Keine Ahnung Braucht mir mal noch ein Rift Blade Sonst haue ich das weg Ja ich brauche einen Ne Hat es nicht verdient Hallo? Brauche ich Eissenszen für irgendwas? Ja Eissenszen kannst du den Eissstopp machen damit verlangen Ja hör auf zu laufen Live Live Essens brauche ich live Essens Ich glaube das ist eine dumme Idee Du hast nur dumme Ideen Das ist so richtig Scheiße Das ist auch der Geli Ja Man kann keine Monster schlagen Alter Geli Ich bin gerade in einem Piratenschiff Ja Juckt mich nicht Ich bin in einer Burg Du bist genau da wo ich dort bin Ich bin auch in einem Pilzpion Wie oben gehört Ey das ist mein Piratenschiff Weg geh Du hast als letzter gekommen Was heißt er als letzter gekommen? War als letzter gekommen? War als letzter gekommen Wir waren schon dann Was heißt das Piratenschiff Mir egal Alter das sind viele Pilzkühe Haha von ja Du wirst genau in die andere Richtung gefahren bin mit dem Boot Lapparapidu Eieiei Eiei Ja Würdest du gerade auf dem Pilzpion Pilzkühe? Nein warum? Weil du mit der Maus klickst wie ein Gestörter Das bin ich Vor allem ich bin in Brauchst du Brauch ich Tin Ingots Oder Oder Kohle Oder Copper Oder so irgendwas Gold Kohle wäre eigentlich ganz gut oder? Kohle Ja Kohle ist nice Ja Ich hoffe ich kriege einen großen Rucksack Ja Weil du damit Fackeln machen kannst Also du musst nicht mehr farmen um Kohle zu kriegen Du kannst Du kannst Einfach Looten Boah Dankeschön Wtf Bist du da drauf? Ey Ich bin hier unten und töte keine Piraten von außen Ja das bist du Das ist mein Schiff Nein das ist nicht Das ist mein Schiff Wir können alle Schiffe auf dieser Welt Au Das hast du nicht Das hast du nicht Tu es eh weh aber Du lootest darum jetzt keine Kisten Mache ich nicht Einfach ohne loot das alles Looten die Moskisten Looten die Moskisten Glaubst du ich höre das nicht Ich mach gar nix Ich hab doch gerade gehört wie du eine Kiste aufgemacht hast Was ist ein Quiver und was ist ein Hookshock? Hookshock Nimm einfach alles mit Oh 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 Scheiße Heilige Scheiße Oh mein Gott das sind viele Oh Ah Ah Alter Schwede Wow Wow was passiert hier Alter ich seh nix Ah Oh scheiße Was ist ein Iron Dagger? Nein Hör auf Hilfe Ich will hier raus Ich will hier raus Oh mein Gott Oh mein Gott Ah 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 Ja Firestuff Ah 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 Ich bin grad fast gestorben Ey wer healt sich denn da die ganze Zeit Oh mein Gott Jetzt hab ich so einen scheiß ähm Hat es jetzt übergehen Warum nicht Oh Jutete dich mal Wirklich Oh mein Gott Oh mein Gott ich sterbe gleich bestimmt Schönte dich Ja weil es so lag Ich lag Okay es lag das nicht mehr irgendwie Ey du Benner Hahahaha Hättest du dich zwar am Jutten Hört man doch eh Ich sterbe Ich sterbe Ich sterbe Ich sterbe Zum Glück habe ich so eine schnelle Spitzhacke Alter Firestuff ist cool Ja jo Wahrscheinlich Wahrscheinlich leckt das Ach ja ich habe übrigens nicht die Bosskisten gelootet gell Ja lol lauf halt noch mehr rum Wär ich Irgendwer Es lag übel Ja das kann sein Da ist nämlich noch so ein fettes Piratenschiff Und das gönne ich mir jetzt Das ist weil die ganzen Teile spawnen ne Wahrscheinlich Aber ich habe einen Spieg Black Pack Pack Ist doch geil das ist sowas wie eine Doppelkiste Boah wie cool da drue ich alle Sachen rein Dafür ist es da Zumindest Ooooooooh Ooooooh 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 Jetzt muss ich im Bogenkampf alter Ich habe keinen Bock auf Bogenkampf Ich habe nur eine Spitzhacke die sich automatisch repariert aber Aber juck dich nicht Boah hier sind einfach mindestens 10 Gegner Ja WTF Wo bin ich Was passiert hier einfach Das ist weil dem alle Piraten spawnen auf dem Schiff Äh Ja mein Oh ja jetzt kriege ich Blindness wahrscheinlich Wahrscheinlich gehen 3 Diamant 4 auf mich 5 Was Die kennen doch gar nichts Was Die können nichts ich bin in Neusia Mia Diesem Schock da ihr wisst schon was ich meine Ja ich Von so viel Schabe ist das habe ich jetzt auch nicht am Schwert Alter ich habe nur noch 4 Herzen Gott Ich kenne mich gar nicht mehr aus Ich auch nicht Ich kenne mich gar nicht mehr aus Aber null Alter Äh Oh mein Gott Ich bin auf so einem Kack Schiff Oh mein Gott Ist gleich kaputt Friese weit Hose Läuft bei mir Die andere Springer aus 5000 Metern ins Wasser Nee Ganz bestimmt nicht Ich weiß Ich weiß schon wirklich wie Hexe geht Was bedeutet das Du kannst damit über Wasser laufen Wenn du die Hose oder Schuhe hast Cool Weißt du was ich habe keine Blöcke Irgendwo habe ich eigentlich kriegt man das nur durch so ein Meteor den wir irgendwann kriegen werden Ja gescheißen Ja gescheißen Ja gescheißen Ich habe da sogar Projektiv Protection 4 drauf Leuchtig Die ganze Ebene gelootet alter Ich bin der Boss Ja quiver Phoenix feather Es leckt gerade einfach nur voll Was bringt meine Phoenix feather Was hast du eigentlich Eist auf Diamonds Darks Was ist der Darks Darf Alter Ach wohl meine Verbindung Mal wieder im Arsch Alter Ich sehe es Bei mir hast du zwei Striche oder so Chain Boots Fire Protection 4 Blast Protection 3 Projektile Protection 34 Und feather falling 3 Du weißt schon das Eisen immer besser ist als Jack Ja eh Was ist ein Golden Bow wird nicht verbringen Aber Iron Plated Scale Chest Plate Diamond Plated Scale Das Bild ist geil Das hat mir der Diamond Plated Golden Boots Diamond Boots Das ist gut Die nehme ich mir mal Das ist negativ verbunden mit der Boots Eye of Ender Windstaff Keine Ahnung Ich brauche ich jetzt eigentlich nicht Ja Ah Cobalt in God Ist das wichtig Das ist mega selten Living Metal in God Das ist auch recht gut glaube ich Ja Ich habe es noch nie benutzt deswegen Weiß ich nicht aber Das ist schwierig herzustellen Oh Alter meine Verbindung ist grad echt Im Arsch Scheißen Arsch Ich brauche ein Enchanter Sind da ungefähr die Kinder Nee weil Skype folgt man das nicht Skype ist gut für dir Achso Ja gut aber ich kann einfach überhaupt nichts grad machen Hä Oh mein Gott Entschuldigung dass ich jetzt herumschreibe Ich bin einfach verplant Ich hatte einen Gegensatz zu mir nicht bei mir zu Hause Das mache ich hier mal mit meinem fetten Legio Boot drauf gehen Hey Ich mag mit dir wohl nicht so Ich finde nicht schlecht Ich mag den Crystal Oh Was bringt der Der schießt äh Scheiße Schnell glaube ich Ich bin jetzt tot Ich bin so tot Ja hoffentlich Ich habe noch ein Herz Ja hoffentlich stirbst du Nein Ja hoffentlich stirbst Ganz ehrlich Warum So Weil du Du bist Ja stimmt in der ersten Folge bist du sechsmal oder so gestorben ne Und in der zweiten Folge auch nochmal durch mich Oh mein Gott was ist der da Oh ein 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 Spielnetz ist irgendwas Oh das ist spannend Oh das ist spannend Was denn Hast du das Kategorie Also man ist einfach meine Legs Das ist ein Fliegengeräusch erst Das ist die Fluggeräusche erst jetzt bei mir angekommen sind Ich bin nicht ich bin auch beim Schiff Äh und ich habe keinen Stuff Okay dann war es anscheinend Nein Noll wir haben ihn in ein Redwood Forest Alter Ist doch geil Ja schon Jetzt klaue ich mir mal eure Riesperience Oh stirb doch einfach Oder fall runter Das ist besser Fall runter einfach Ja fall runter So Repair Final aspect 2 Enchant Von wegen Von wegen Du hast die Bosskiste nicht gelootet Du Pisser Ich seh doch Ich seh doch dein Rift Achso Jetzt auf einmal Nein das war der Boss selbst Der hat sich leider selbst ähm Ja Weggerrifft Bitte Das war er selbst Ohne Antwort Ich hab 10 Ender auch Wow 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 Ja nicht Ich hab 20 oder so Ach Ja dann Go ich hab ich wenigstens wieder Schuhe Wait up Er hat Schuhe Wow Was mit bisschen Fuhrklaus Boots Äh die sind Scheiße wie was weiß ich Die hab ich nicht mitgenommen ey Scheiße Oh Oh mein Gott das einzige was noch über ist Werden wir gleich sehen Hui Dieses Weißt du eigentlich wo genau der Boss sich jetzt hin teleportiert hat Ja in diese Rift Das Rift ist aber nicht mehr da Äh das ist immer nur von einer Seite Vielleicht muss man andersrum gucken Ja genau das gibt es sich da Meinst du ich sehe die schwarzen gruseln nicht Achso Ich habe jetzt Ich öffnen sich diese Türen aber Was ist ein Diamond Glaive Also dieses Dieser Speer sozusagen Achso ich glaube den kannst du werfen Cool Macht Sinn Ein Klick Lange halten Diamond Plated Scale Geil Oh jetzt nutze ich da noch die Kisten Nix drin Nix drin Hm Karotten Brot Kann man auch Brauch immer Bücher Ich habe Bücherregale mit Was ist Iron Plated Scale Boots Gut Ja Und was ist Diamonds Plated Scale Boots auch gut Diamond Plated Scale ist doch das Beste oder Ich glaub schon Oh 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 dat Boss Schuh Oh wie cool Der hat Electric Stuff fallen lassen Also Electric Sense Ich habe einen Sattel Wack es gibt noch keine Pferde oder? Ne Ach man Warte 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 Electric Sense Wie viel hab ich denn da drauf Das braucht man für Schweine ne Die Sattel dann noch Aber die Folge ist in zwei Minuten vorbei ne Ne auch Ja Entschuldigung Ich habe noch nicht mal den Boss geschafft Ich will noch die Ich will noch den Boss schaffen Iron Plated Scale Stone Shield Wird wahrscheinlich nicht so Torsten Nein du hast ein Schwert Was mit dem du blocken kannst Wind Descence nehme ich mal mit Fackel nah Printed Printing Press War ja auch nicht Teile nehme ich mit Keine Ahnung Gut also ich beende mich mal die Folge Bleibt gesund und munter Bis zum nächsten Mal Und Ciao Bis zum nächsten Mal